Vielleicht geblindet, vielleicht aber auch nicht. Hab ihn. Nice. Ja, hier, auch mal was gerissen. Sven hat was gemacht. Ja. Komm, du machst die andere Hälfte. Wie war das mit vier, ne? Die war direkt so... Da kann ich ja nie sehen. Was? Oh mein Gott, wir nehmen mich, wir nehmen mich, wir nehmen mich. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Valorant. Du bist mit einem Weichchen her, haben wir jetzt den Sven dazu geholt. Ja, moin. Er war ja das Aushängeschild des Turniers. Schluss. Aushängeschild, sagt er. Ich hab nicht gesagt, positiv oder negativ. Das kann man dann sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall, wir spielen, mal wieder ein bisschen Valorant, einfach mal ein bisschen auf Split, der besten Map der Welt. Das habe ich beim Turnier nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Super, genau, okay. Sven, Sven, Sven. Wer macht das jetzt, ne? Sven, 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 Sven. Sven, 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 Sven. TTT. Äh, warum, TTTTT-T... Ah, jetzt. Geil. Sextll. TTTTTTTTTTTTTTTTTTT. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOW so weiter wo auch phoenix phoenix hast du wohl auf was immer wieder dieser phoenix vergleiche an und zu ballern ok eigentlich sehen wir ja über die unterkommen sind die ich weiß es nicht unser team verhindern es die entschärfen macht was also ich war damals besser was sind nicht haben wir noch mal ein bisschen kleiner so wieder a oder was wir wieder wieder ja nicht wie ein häschen die ein weißes schokohäschen was sich gerne in der schule bisschen aufzieht oder was nein das ist recht kaputt die gehen jetzt pass auf die kommen jetzt pass auf von nix jannik hast du das gesehen oder richtung hier da rauskommt da kam hier weipha da sind sie da sind sie da sind sie Dann gehen wir mal B, das ist prima. Wenn die sagen, wenn die sagen. Das Ding ist ja krass. Auf jeden Fall. Ah, okay, unten. So, ich werde da gerade rüber gehen, ne? Hör mal. Ich habe es gehört. Ja, moin. Was ist da wohl noch jemand? Nicht mein Problem. Bumm Junge, sehe ich mich. Alles wieder gerettet. Okay, die eine ist bei A. Phoenix macht da halt. Mitte. Besser gegen. Ja. Ab und ab. Ich weiß ja, was ich meine. Ne. Doch. Okay, Mitte. Können wir rennen? Lauf Sven! Oh mein Gott. Die Ghost nehme ich. Dankeschön. Ich bin bei Phoenix. Wenn ich bei Phoenix bin, habe ich immer Angst. Phoenix ist tot. Was? Geiße. Ja, moin. Auch mal ein Kill gemacht. Nice, Sven. Ich gehe nach A. Scheiße. Hier, Dings kommt rein. Das Sofa. Ja. Scheiße! 140! Ja, easy! Nice! Verlass dich auf mich, Alter! Genau, Phoenix. Wenn ich mich auf dich verlasse, stirbst du. Unser Salzlord wieder hier. Ja, nicht wahr. Richtig salzig, Sven. Du musst halb sein. Immer halb. Ich bin auch voll im Hype-Modus. Hype, Sven. Hype, Sven. Hype, Sven. Hype, Sven. Weißt du, ich bin voll zum Hype-Frame. Dü-dü-dü-d! Weißt du? Ficken! Fuck! Hast du damit gerechnet? Verrege was. Seid vor auch da. Seid vor auch da. Seid! Moch, moch, moch! Was schießt du? Nicht gedrückt halten! Oh, Sven. Deswegen warst du das. Awww. Ey. Ja, hab ich gesehen. Aaron gewonnen. Ja. Ja. Can I buy when I went before you? Because I have a bunny in my hole. Ah, ja. Okay. Links ist Brimstone dann. Mhm. Hier. 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 Da sind zwei. Ich bin der Jäger! Okay, ich hab's einfach noch gut. Sven ist die wahre Meter, sagst du? Ja, ich hab auch noch zwei Leben. Da machen. Und Brimmy ist noch da unten. Keine Ladung. Brimmy ist noch da unten! Oh man! Wo war da unten? Da, wo markiert ist. Ja, sorry. Mit der Sniper. Mit der Sniper. Noch 10 Sekunden. Ja, genau. Dann darfst du das so. Machen. Nice! Ja, guck, Tegger auf Split! Immer schön weiter heilen! Wie steh ich denn? Weiter heilen! D4. Geil. Weiter heilen, Mama! Okay, einer ist unten in der Ecke wieder. Mhm. Ja, der andere kommt gerade. Ein Gegner übrig. Scheiße am Spot. Spot, Spot. Nice! Ja, geil! Oh, 5-5 immerhin. 5-5 ist immer noch besser als 4-4. Gut mitgedacht, Phoenix. Gut mitgedacht. Oh Gott, Gift. Okay, die wollen alle gut spielen. Sollen wir rotieren, Yannick? Was sagst du? Ja. Dann rotier wir jetzt. Planter? Okay. Okay. Nein, immerhin einfach. Der Sofa gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Mama! Das gefällt mir nicht! Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße. Love, Sven! Sven ist tot. Nein, ich bin auch gefallen! Oh, ich hab's überlebt. Oh Gott. Bin ich eigentlich verdrückt? Das in unserem Spiel keine Wände. Da war einfach nur traurig. Boah! Mach na, Cheerio! Boah! Ich hab die Steps nicht gehört! krass das ist echt belastend gewesen ob das timing ist für den arsch nicht phoenix warum der phoenix hätte sie das nicht gemacht würde sie noch leben wenn zwei seiten immerhin sci-fi mitgenommen Oh man, das war aber so gut. Unten und hinten ist es noch. Einer an der Bombe, einer oben. Versuch, um mehr abzuspielen. Und einen Gegner übrig. Was denn? Ja, ich war gerade... Drei gegen eins, das ist gut. Ich war gerade aufs Zofa fixiert. Deswegen spielen wir mit Dekament. Verstehe ich. Noch 30 Sekunden, letzter lebender Spieler. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Noch 10 Sekunden. Ja, GG. Oh man. Oh Gott. Warum benutzt er nicht der Ulti? Ich war mit. Ich glaube, Yonic ist sauer. Der ist da drin, im Gas zu sein. Irgendwo da drinne ist sie jetzt auch. Ja. Nice. Kein Kick mehr. Ja, weißt du, ich habe mich Opfer fürs Team. Das ist gar nicht Opfer, das war klein, was hier drin ist. Aber ich konnte wenigstens sagen, wo sie genau war. Nein. Doch. Durch mein Tool wusste er genau die Position. Weißt du, doch. Natürlich. Yonic. Gar nicht wahr, das ist fürs Team geopfert. Du bist gleich auf. Ja, 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 ja. Gegner inlegt. Gegner gesichtet. Ein Gegner übrig. Dann, Spike platziert. Vielleicht geblindet. Vielleicht aber auch nicht. Hab ihn. Nice. Ja, hier, auch mal was gerissen. Sven hat was gemacht. Ja. Naja. Komm, du machst die andere Hälfte. Wie war das mit 4, ne? Die war das direkt so. Da kann ich ja... Was? Nicht. Das kann ihn nicht. Und Mitte. Und Mitte. Und Mitte. Okay, ich bin gleich blind. Ja, ich bin gleich tot. Nice. Nice. Was ist der Typ? Sven macht mal ein bisschen Druck in der Mitte. Jo. Vor allem, alle 3 sind weh. Äh, ja. Okay. Vollgas gehen. Da kannst du ruhig Vollgas gehen jetzt. Weil die alle auf Spot sind. Okay. Vollgas! Gegner inlegt. Ja. Ja. Ablenkung. Ja, Ablenkung. Ja, Ablenkung hier. Janik. Letzter lebender Spieler. Dann muss man applaudieren, Sven. Dann muss man applaudieren. Janik. Spaßrunde hier. Spaßrunde? Spaß. Bläh, 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 bläh. Mim. Mim. B ist wieder Action. Sven? Ich glaub, was wird wieder Arka sein? Nee, Sven. Meinst nicht? Nee. Du. 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 verkackt richtig noch 30 sekunden ein gegner übrig letzter lebender spieler schade halt mal mit es gerade wurde weggegangen bisher ich weiß dass da einer ist das ist ja f*** meine ich mache die Ja, was? Ah, ficken! Alter! Ah, ein Gegner gesichtet! Ein Gegner! Ein Gegner! Ein Gegner! Ein Gegner! Loll! Gegner gesichtet! Okay, hast du wieder action? Ah, fuck, man. Die gehen doch nur auf A, oder? Ja, klappt ja aus, oder? Ja, aber... Sie müssen sich doch wieder mal ein Neuer finden, oder nicht? So lange es klappt, never change the running system. Na, Moni, Leer, genau, da ist der Klami bereit. Wir sind da ohne Potatino, oder? Naja, die haben da geplantet. Pass. Gegner gesichtet. Die würde wissen, was die wollen. Ein Gegner übrig. Vier. 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 Noch 30 Sekunden. Nicht laufen, wenn du schießt. Achso, ja, ja. Nicht laufen. Nicht laufen. Dann schießt man besser. Ach, fuck, man. Zu langsam reagiert. Alles gut. Ja, easy vorbereitet. Easy vorbereitet für Phoenix. Weißt du? Easy. Das ist so ungewohlt, dass man nicht laufen darf, man schießt, weißt du? Ne, das ist sowieso nicht. Das ist immer so. Ja, ich habe heute halt wieder ein bisschen kolopflüchig gespielt, ne? Ja, gut, das Ranscanen kannst du nicht damit vergleichen. Ja, das ist dann aber wieder so drin, weißt du? Das sind zwölfjährige Kinder, dann. Ja, aber das ist halt wieder so drin. Und Monte. Aber das ist dann halt wieder so drin. Aber das ist dann halt wieder der gleiche. Oh, Mann, ey. Aber das ist halt wieder so drin, weißt du? Ne. Dieses laufen und schießen, weißt du? Ist einfach easy rein, Proton. Ja, fuck. Halt's ab! Ich habe auch auf die Map geguckt, ich bin so dumm. Wer kommt unterwegs? Ich glaube, die gehen weh. Bitte, sind gerade zwei? Ah, das sind alle. Die Schatten bewegt. Okay, drei gegen zwei. Und das ist eine Safe zum Regeln. Ein Gegner übrig. Später ausgeschaltet. Noch zehn Sekunden. Easy. Nice, verdammt. Ich war auch da. Hi. E, B ist Swiper und Mitte. Du hast gut gekämpft. B scheint umkämpft zu sein. Ja. Ja. Du hast gut geschehen. Wollt. Du hast gut geschehen. Ja. Guck mal. Hast du das? Ja. Ja. Ich hab ihn abgelenkt. Ich hab den Sven gemacht. Ja, moin. Okay, Mitte ist Bewegung. Aber was zählt? Was mach ich denn? Das war eine Regel, ne? Ist der letzte? Vorletzte. Da ist der letzte. Nice. Wow. Ich wollte gerade noch sagen, nicht nachladen mitteln. Upsi. Easy gewonnen, Sven. Ja, easy. Ich war nur der vorschlechteste. Lass ein Like her, liebe Zuschauer. Ich war besser als Cypher. Geil. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Lass ein Like da. Vielleicht kommt auch mal was auf dem Hauptkanal. Wir sehen, wir gucken mal. Und tschau. Tschau. Loll. Ich lege die inscrever. Tschau. Tschau. IC